Hallo zusammen. Hier sind wir jetzt an dem Gebäude, das wir fotografieren sollen. Was kann man alles falsch machen? Man stellt sich zu dicht dran. Nachteil ist, man sieht nichts. Man sieht nur Teile des Gebäudes und nicht das ganze Gebäude, was wir eigentlich sehen wollen. Okay, was machen die meisten Menschen dann? Sie wissen, wenig Platz, großes Gebäude, Weitwinkelobjektiv. Sie gehen mit der Kamera und dem Weitwinkelobjektiv so weit zurück, dass sie das Gebäude gerade ganz drauf bekommen. Nachteil dabei ist, man steht immer noch sehr dicht am Gebäude und man bekommt die stürzenden Linien mit sehr viel Himmel. Sieht meistens nicht so gut aus. Okay, besser. Wir sind weiter weg, haben keine stürzenden Linien mehr, auch ganz ohne Bildbearbeitung, haben nicht mehr so viel langweiligen Himmel. Aber das Licht ist noch langweilig und die Jahreszeit ist nicht geeignet. Wenn es geht, keine Architekturaufnahmen im Winter. Da können wir jetzt leider nichts dran ändern. Das ist unser Job, aber wir werden ein bisschen warten, bis das Licht interessanter wird. Okay, ihr seht, es wird interessanter. Wir warten jetzt auf die blaue Stunde. Blaue Stunde ist die Zeit, wo der Himmel blau ist und die Schaufenster und Autolichter schön gelb. Das wird jetzt gleich sein. Mitten in der Nacht ist wieder doof, da ist der Himmel schwarz und die Lichter weiß. Also ich denke mal so drei, vier Minuten. Einen habe ich noch. Wir werden gleich mit einer langen Belichtungszeit und einem Stativ arbeiten, damit wir diese schönen Lichterspuren bekommen. Dann sehen wir keine Automarken, sondern schöne bunte Lichter. Das macht das Bild noch besser. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.